Man will auf der einen Seite Geld verdienen, man will, dass andere Geld bezahlen. Auf der anderen Seite verschießt man sich gegen die Möglichkeit, dass man Geld zahlt für andere, für einen Mehrwert bei sich selber. Da finde ich die Haltung halt bedenklich und deswegen würde ich jedem Unternehmen, jeglich im Kontext, ob das jetzt ein Einzelunternehmen ist, ein größeres Unternehmen, eine Abteilung ist, immer nahe legen, offen zu sein für Vorschläge, das Ego zur Seite zu schieben. Auch von sich nicht zu denken, dass man das Maß aller Dinge ist und nur weil man Jura studiert hat oder was anderes, oder ein Doktortitel hat, dass man jetzt alles weiß und verstanden hat.